Hallo und Jona, herzlich willkommen zum Heimspieltagsinterview vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Bei uns heute zu Gast, Lennart Grill. Hallo Lenni, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir denn? Alles gut soweit. Ja, die Wochen sind anstrengend, aber ich glaube, wir kommen ganz gut damit klar. Ist ja immer das Schönste, wenn man viel spielen kann, glaube ich. Siehst du das auch so? Also ist es für einen Torhüter genauso wie für Feldspieler, dass sie sagen, spiel lieber als dass ich ständig trainiere? Ich glaube schon. Ja, mach keinen Unterschied. Nee, also ich finde dadurch, dass man viel spielt, dann kann man auch so Ergebnisse wie jetzt am Sonntag relativ schnell wieder wettmachen oder vergessen machen. Und dafür sind viele Spiele immer gut. Du hast es gerade mal kurz angesprochen, wir haben gerade eben schon, bevor die Kamera anging, darüber gesprochen. Sonntag sollte irgendwie nicht sein, oder? Ja, ich glaube, dass Bochum es einfach echt gut gemacht hat auch. Ja, aber im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, einfach das, was uns jetzt eigentlich die ganze Saison so ausgemacht hat, nicht so auf den Platz bekommen. Aber das passiert, so Spiele gibt es. Und ich glaube, gerade mit der Belastung gerade ist das auch normal, dass man vielleicht einfach mal ein bisschen so einen Durchhänger hat oder es halt nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber ich glaube, können alle gut mit umgehen. Und ja, geht ja weiter schnell. Genau, können alle gut mit umgehen. Einer, der war so am Ende des Spiels mit Abpfiff so richtig bedrückt. Der war irgendwie, saß der da und naja, der wusste auch nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Ich habe dann gesehen und beobachtet, wie Freddy direkt vom Tor zu ihm gelaufen ist, ihm nochmal auf die Schulter geklappt hat. Wie fängt man jetzt Milo in so einer Situation als Mannschaft auf? Ja, ich glaube, für Milo war es ein Auf und Ab in dem Spiel. Gegen Ex-Club dann früh reingekommen für Yannick. Dann in den Elbe verschossen haben wir ja noch sein Tor gemacht. Ich glaube, da war viel dabei, wo er vielleicht auch ein bisschen beweisen wollte, ey, ich bin gut und wollte es allen nochmal zeigen. Ich meine, hat er ja mit seinem Tor am Ende auch gemacht. Aber ich glaube, das macht die Truppe auch aus, dass ihm es jetzt keiner böse nimmt, dass er den Elbe verschossen hat, weil das passiert. Und ich glaube, das merkt man aber auch, dass die Mannschaft dann direkt hinter ihm steht und sagt, ey, weiter geht's, egal. Ich habe mich in der Situation gefragt, Milo hat sich direkt den Ball genommen. Jetzt habe ich überlegt, okay, aus seiner Sicht kann ich das nachvollziehen. Er möchte das jetzt auch ein Stück weit beweisen, obwohl er es in meinen Augen gar nicht nötig hat, hier irgendjemandem etwas zu beweisen. Aus Torhütersicht habe ich mich gefragt, ist es einfacher, also einen Elfmeterschützen vor sich zu haben, mit dem man viele Jahre oder viele Monate zusammen trainiert hat? Ich glaube, ehrlicherweise ja. Wenn man so ein bisschen, klar durchs Training immer weiß, okay, das ist die Ecke oder die Seite, wo er am liebsten hinschießt oder am besten hinschießt. Und dann ist es halt ein schönes Mindgame. Okay, schießt er jetzt dahin, weil er weiß, ich schieße dahin oder andersrum. Ja, ich glaube, Milo schießt normalerweise woanders hin, hat er auch gemeint. Aber ja, Rehmann kennt ihn und hat es gebrochen. Aber darum soll es jetzt nicht mehr gehen. Spiel abgehakt, weiteres Spiel steht vor der Brust, und zwar Borussia Mönchengladbach. Bevor wir aber so ein bisschen drumherum über alles sprechen, würde ich erst mal mit fünf kurzen Fragen zum Einstieg mal anfangen. Und zwar, hast du noch ein verborgenes Talent neben Fußball? Nee, ich glaube nicht. Kannst du singen? Überhaupt nicht. Ich habe schon mal eine Kostprobe bekommen. Was war denn, bleiben wir mal beim Gesang, was war denn dein erstes Konzert, was du besucht hast? Boah. Kannst du dich daran erinnern? Keine Ahnung. Und was war das letzte? Vielleicht kannst du dich daran erinnern? Ist auch schon ein bisschen her. Was war das letzte? Keine Ahnung. Bist du überhaupt so ein Konzertgänger? Selten deshalb. Okay. Also Sportveranstaltungen. Was war denn die letzte Sportveranstaltung außer Fußball, die du besucht hast? Letztens Eisbären. Eishockey. Und? Das war das gegen San Jose verloren. Aber die Stimmung war gut. Wenn es im Stadion Einlaufmusik geben würde, was wäre denn der Song, der bei dir laufen würde, wenn du einläufst? Wenn wir jeder so einzeln rauslaufen würde, meinst du? Boah. Ich glaube, irgendwas hat irgendeine gute Laune-Lied. Welches genau ist schwierig, aber irgendeine gute Laune-Lied, ich glaube, da ist die Stimmung im ganzen Stadion dann ganz gut. Also nicht so eins, was so pusht, sondern eins, wo alle so ein bisschen mitsingen können? Ja, so was, was pusht, das kann man vielleicht am Ende machen, wenn alle dann draußen sind, aber so für jeden so ein bisschen, wo man die Leute mitnimmt vielleicht. Okay. Was war das Erste, woran du heute Morgen gedacht hast? So, ob ich pünktlich aufgestanden bin und ob ich die Belastungs-App ausgefüllt habe. Interessantes Thema, würde ich nachher gerne mal drauf zurückkommen. Wenn du in einem Disney-Film leben würdest, welcher wäre das? König der Löwen. Und wer wärst du? Ich glaube, Simba ist cool. Okay, ich dachte, jetzt kommt hier so Bumba oder so. Nee, Simba ist cool. Danny, das waren schon die fünf kurzen Fragen. Bevor wir ein bisschen in dein Privatleben eintauchen, du musst hier keine Leichen aus dem Keller holen, aber würde ich gerne mal ein bisschen auf deine Karriere bisher zurückschauen. So alt bist du noch nicht, hast aber trotzdem schon einiges erlebt im Fußball. Angefangen hast du in deiner Heimat Idar-Oberstein. Hast du direkt im Tor gestanden oder bist du so von vorne nach hinten durchgerückt? Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, das ist irgendwie charakteristisch für viele Torhüter mittlerweile, dass die früher im Sturm gespielt haben. Ist auch gar nicht so verkehrt, weil man ein bisschen auch weiß, was der Stürmer denkt in dem Moment als Torhüter. Aber ins Tor gegangen bin ich, glaube ich, mit zwölf erst. Torwartspiel hat sich ja auch ein bisschen verändert über die Jahre hinweg. Also mittlerweile spricht man ja, ich glaube, im Fachjargon nicht mehr von Torhütern, sondern von Torspielern. Ist es was, was dir zugutekommt, dass du sagst, es ist auch was, was mir liegt? Ja, also ich glaube, das hilft schon, wenn man früher, klar, das ist noch nicht das höchste Niveau, aber da es zumindest mal im Feld gespielt hat, weil man dann ein besseres Gefühl hat, glaube ich, dafür. Und ansonsten kann man es ja im Training auch immer viel mitmachen, wenn man ein paar Feldspielerübungen mitmacht. Ich glaube, dass das nicht so verkehrt ist, um einfach zu verstehen, okay, so ist es halt, auf einer anderen Position zu stehen oder halt um generell das Fußballerische halt einigermaßen mitzukriegen. Ist man eigentlich aufgeregt, wenn hintenrum gespielt wird über den Torhütern? Es kommt darauf an, wie das Spiel läuft. Wenn du jetzt einen Gegner hast, der dich nur unter Druck setzt und der Platz jetzt vielleicht nicht optimal ist und der Ball dann die ganze Zeit nur huppelt, dann ist es schon unangenehm. Aber für mich gesprochen, das ist jetzt, glaube ich, nicht schlimm. Also ich mag es, wenn sie über mich spielen, weil dann habe ich wenigstens was mit dem Spiel zu tun. Ich musste nur so ein bisschen an Dortmund denken deswegen, weil das ist so eine Situation, da denke ich dann immer, oh, als Torhüter, das ist auch wirklich, also dafür konnte er ja einfach mal, schlichtweg nichts. Also er rutscht einfach weg, kannst dir nichts für, haust dir dann irgendwie auch noch dein Standbein dabei weg, dass du da keinen Standbein hast. Aber da denke ich dann immer so, oh, das restliche Spiel, willst du dann überhaupt noch angespielt werden? Ja, ich glaube, du bist dann die ersten, zwei, drei Aktionen danach nur darauf bedacht, okay, auf Sicherheit bloß nicht nochmal wegrutschen oder irgendwie einen Fehlpass spielen. Aber irgendwann, ja, das war früh, das war, glaube ich, 8. Minute. Du musst abhaken, weitermachen, hilft ja nichts. Ich habe mich mal mit einem Torhüter unterhalten, der hat mir erzählt, dass er in einer Mannschaft immer einen Spieler hat, den spielt er immer an, vor allem, wenn es darum geht, in einer Drucksituation, weil er weiß, der rettet ihn immer den Arsch. Hast du sowas auch? Es ist nicht unbedingt speziell ein Spieler, aber klar, wir haben ja unsere, ich sage mal, Abläufe, wo klar ist, okay, also entweder ich kriege den Ball zurück und es ist möglich, über die Sechs zum Beispiel zu spielen oder wenn es halt nicht möglich ist, haben wir zum Glück vorne ein paar Ochsen drin, die die langen Bälle auch verarbeiten können. Die sogenannten Zielspieler. Kommen wir auf deine Karriere zurück. Über Mainz ging es dann nach Lautern. Da hast du dein Profidebüt feiern können und hast da, ich habe nachgeguckt, also es war in der dritten Liga Profidebüt und hast dann gleich mal die 18 Spiele gestanden. Davon nur sechs verloren. Gute Quote, sechsmal zu null gehalten. Auch gute Quote. Auch keine schlechte Quote. Gibt es da vielleicht noch ein Spiel, woran du dich besonders erinnerst oder war das alles viel zu aufregend? Ich glaube, das Erste überhaupt ist auf jeden Fall was Besonderes, weil ich halt schon lange darauf hingearbeitet habe in Lautern. Und dann war es das erste Spiel nach der Winterpause. Heimspiel, ich glaube 2-0 gewonnen. Also da hat alles gepasst. War jetzt nicht unbedingt viel zu tun. Aber ich glaube, so das Erste ist schon das Besonderste, was du mitnimmst auf jeden Fall. Kann man die Nacht danach überhaupt schlafen? Weil ich meine, man hat ja eh schon nach so einem Spiel, ehe der Adrenalinspiegel dann mal wieder runter geht. Und dann ist man ja irgendwie noch mehr voller Adrenalin. Ich glaube, in der Nacht war es schwierig. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Darauf folgende Saison Stammtorwart bei Lautern. Wann weiß man, dass man Stammtorhüter ist? Gibt es diese Situation überhaupt, dass man das weiß? Also ich meine, die Rückennummer ist ja mittlerweile auch gar kein Indiz mehr dafür, wer die Nummer 1 ist und wer nicht. Naja, also Rückennummer hat sich bei mir dann im Sommer zwar auch geändert auf die 1. Aber bei mir war es dann so, dass in dem Winter, wo ich dann auch das Debüt gegeben habe, halt Gary als Tovertrainer damals zu mir kam und gemeint hat, okay, pass auf, du bist jetzt vorne. Du spielst und schauen wir mal, wie du das machst. Und ich glaube, dass ich die Spiele dann in der Saison auch ganz gut genutzt habe, sodass es weniger eine Debatte im Sommer nochmal war, sondern für mich klar war, okay, ich habe jetzt hier den nächsten Schritt gemacht und jetzt heißt es in der Saison möglichst durchspielen und weiter Schritte nach vorne machen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich wollte gerade sagen, es hat gut funktioniert. Ein Spiel musstest du trotzdem mal aussetzen. Eher ungewöhnlich für den Torbieter. Fünfte gelbe Karte. Das kommt schon selten vor, oder? Das kommt selten vor. Ich dachte mir auch, das kann eigentlich nicht wahr sein. Ich hatte auch, glaube ich, relativ schnell vier. Ich glaube, ein, zweimal für Meckern, dann mal Elfer verursacht und dann ein Zeitspiel und dann kommst du schnell auf fünf. Aber das war auch eine Phase, wo es vielleicht nicht unbedingt lief und dann wolltest du vielleicht gerade bei einer Führung mal die Zeit ein bisschen runterlaufen lassen. Dann gibt es Schiris, die geben gerne mal eine gelbe Karte früher. Dann kam der Wechsel zu Leverkusen schon. 2021 hast du dann Debüt in der Bundesliga gegeben und hast dann, glaube ich, auch noch drei weitere Spiele im Tor gestanden. Ist schon ein großer Unterschied von der dritten Liga-Debüt und dann ohne mal in der zweiten Liga vielleicht so Step by Step, sondern gleich mal, so, Fußball-Oberhaus, da bin ich. Ja, also ich muss sagen, der Schritt dritte Liga, erste Liga ist schon gewaltig. Das habe ich auch in den Anfangsmonaten in Leverkusen gemerkt, dass das Zeit braucht, um sich an das erstmal zu gewöhnen. Also ich wusste, okay, ich muss wirklich arbeiten dafür, um dran zu sein oder dran zu kommen, weil das ist erstmal, du kommst von der dritten Liga und auf einmal sitzt du in der Kabine mit Bundesligaspielern, die zig, hundert Spiele schon teilweise auf dem Buckel haben. Ist auf jeden Fall was anderes. Ja, aber ich glaube auch, dass die vier Spiele da mir auf jeden Fall gut getan haben und dass die auch nicht so verkehrt waren. Ja, aber im Endeffekt war es mir auch vorher bewusst, dass der Schritt ein großer ist und dass es nicht unbedingt leicht wird, jetzt schnell zu spielen. Dafür war dann jedes Spiel, was ich machen durfte, umso besser. Du hast jetzt gesagt, es war schon eine große Umstellung in der ersten Liga, dann auch erstmal einerseits mit den Profis zu trainieren, ist sicherlich auch noch was anderes in Leverkusen. Also nicht despektierlich gegenüber Vereinen in der dritten Liga auf gar keinen Fall. Auch professionelle Arbeit, aber du hast ja gesagt, da sind schon Unterschiede. Was war denn für dich so das größte Merkmal, was du eigentlich ändern musstest an deiner Routine? Gut, das ist alleine schon das ganze Tempo, was in der ersten Liga dann gefahren wird. Also du hast halt nahezu gar keine Zeit für einen zweiten Kontakt oder wenn, dann muss er perfekt und schnell sein, weil sonst gefühlt jeder Ball weg. Ja, und dann einfach diese ganzen technischen Komponenten, dass man das einfach kombiniert kriegt. Und ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit, wenn du es vorher auf Drittliga-Niveau, sage ich mal, hattest und dann auf Top-Niveau in der Bundesliga, braucht ein bisschen Zeit. Du wurdest dann ausgeliehen zum SK Brann, nach Norwegen. Ich habe mir vorhin mal die Kaderliste zu dem Zeitpunkt angeguckt. Du warst schon ein Außenseiter da. Ich glaube, ich war einer der wenigen Nicht-Norweger, ja. Ich habe nachgeguckt, nur Dänen und Norweger, manche mit einer doppelten Staatsbürgerschaft, aber ansonsten nur Dänen und Norweger. Du und, ich glaube, ein Spieler da noch aus Senegal. Ein Finn und ein Senegal. Wie? Haben die Leute mit dir gesprochen oder musstest du einfach? Will man nur kurz darauf hinweisen, dass du ja der Einzige bist, der sie nicht versteht. Ja, das Gute ist, die Fußballsprache ist einfach. Und Norwegisch ist gerade, was die Fußballsprache angeht, ist das wie so ein Mix aus Englisch, Holländisch, Deutsch. Also du verstehst es relativ schnell. So, dass ich jetzt, wenn Teamansprachen waren und er es auf dem Norwegisch gemacht hat, war es kein Thema, weil ich es irgendwann verstanden habe. Ach, echt? Ja, das ging relativ fix. Also ich habe nicht alles wortwörtlich verstanden, aber den Kontext verstanden, konnte ich mir dann rausleiten. Und ansonsten ist das Gute, dass die Skandinavier alle sehr gut Englisch können. Und dann ging es. Ja, also Sprechen ist unmöglich. Gar keine Chance. Also auch wenn die schnell reden und über private Dinge reden, verstehe ich vielleicht mal ein Wort zwischendurch. Aber sobald die über Fußball reden, verstehe ich es schon ein bisschen wenigstens. Aber ich glaube, das Einfachste ist es zu lesen. Dann checkt man, glaube ich, relativ viel. Ich habe vorhin gesagt zu meinem Kollegen, das ist ein bisschen wie ein Auslandsaustausch. Also ich komme jetzt da hin und, also weiß ich nicht, es sah nicht so aus, als wenn du zu einer Mannschaft kommen würdest, sondern als wenn du so in eine andere Schulklasse gehst. Dann bist du für ein halbes Jahr und dann kommst du wieder nach Deutschland. Ja, das waren am Ende, glaube ich, dreieinhalb Monate. Also da war auch nicht wirklich die Zeit, um viel in Norwegen zu lernen oder viel zu sehen, weil wir halt auch mal Spiele hatten. Aber ich glaube, auch die Zeit hat mich geprägt, weil so eine Auslandserfahrung ist nochmal was anderes. Gerade für die Persönlichkeit ist es was anderes. Ja, und Spielpraxis. Das war für mich nochmal wichtig. Nach einem Jahr Leverkusen, wo ich halt nur vier Spiele hatte, war es schon wichtig, überhaupt wieder ein bisschen regelmäßiger zu spielen. Dann, Anfang der Saison, Laie zur Union. Als es dann fix war, also man hat ja sicherlich auch schon Gedanken, wenn das so zu den Gesprächen kommt und so. Als es dann fix war, was war dann so dein, von der Gefühlslage her, so deine Gedanken, jetzt geht es nach Berlin? Gut, ich glaube, was Union die letzten Jahre schon gemacht hat, ist ein bisschen einzigartig. Ich glaube, das spricht viel für sich selber. Um was man auch gerade von Rob und viel gehört hat in Leverkusen, weil ich mich auch mit ihm ein bisschen unterhalten habe, hat auch immer gesagt, also die Mannschaft in der Kabine, ist überragend. Und ich glaube, das hat einen halben Tag gedauert, dann konnte man das schon bestätigen. Und die haben es einem einfach auch leicht gemacht, in der Mannschaft anzukommen. Und sobald du in der Mannschaft angekommen bist, fühlst du dich auch in der Stadt wohl, fühlst du dich im Verein wohl. Und das machen die Jungs dann wirklich einfach. Klar, wir waren zusammen im Hotel mit ein paar am Anfang, als wir auf Wohnungssuche waren noch. Aber wie gesagt, die haben es einem leicht gemacht. Ich habe jetzt letztens den Artikel in der Sportbild gelesen. Ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast. Da ging es ein bisschen darum, was ist eigentlich das Geheimnis vom 1. FC Union Berlin? Versuchen ja irgendwie immer alle rauszukriegen. Verraten wir natürlich niemanden. Aber da ging es darum, das an deinem Namen. Erzähl es doch einfach mal bitte selbst. Ich glaube, das hat 20, 30 Minuten gedauert, nachdem Trainingsauftakt war eigentlich am ersten Tag. Und dann stehen ja in der Kabine, stehen ja neben dem Spind die Vor- und Nachnamen. Und ich sage jetzt keinen Namen, aber ich weiß, wer der Spaßvogel war. Ich fand es witzig, hinter den Nachnamen einfach mal Royal zu schreiben. Und so werde ich auch heute nochmal schon gerufen. Aber warst du mal in dem Restaurant schon essen? Nein. Also es handelt sich um Grill Royal. Warst du noch nicht? Okay. Aber du hast es jetzt gerade jetzt selber schon gesagt, du hast mit Robert Andrich viel darüber gesprochen, hast dich da wahrscheinlich auch ein bisschen abholen lassen. Ist das eine Entscheidung, also ist sowas wichtig für die Entscheidung auch? Oder fließt die zu großen Teilen mit ein? Ja, also für mich persönlich schon. Weil ich glaube, für mich mittlerweile erkannt zu haben, dass ich mich schon in einer gewissen Form wohlfühlen muss. um Leistung bringen zu können. Und wenn das nicht so der Fall ist, oder ich das Gefühl habe, es passt alles nicht so, dann funktioniert es bei mir wahrscheinlich auch nicht so optimal. Aber wie gesagt, das, was Rob erzählt hat, und auch die Gespräche hier mit dem Trainer oder mit Micha, das war alles top. Und da waren dann wenig Zweifel mehr da. Und ja, hatte ich ausgezahlt auf jeden Fall. Ich kann mich noch daran erinnern, als du das erste Mal hier, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber es war eines deiner ersten Male, da war auch noch gar nicht fix, ob du zu uns kommst. Und das war auch, glaube ich, zum Ende der letzten Saison sogar, da saß ich beim Trainer im Büro und dann kam auf einmal jemand rein, war auf alle Fälle groß, hat sich nicht vorgestellt und so und Lennart gesagt. Und ich saß da beim Trainer im Büro und dachte, ich kenne den irgendwoher. Ich kenne den irgendwoher, Lennart, Lennart, der ist groß, der muss ein Torhüter sein. Und dann, ach, jetzt weiß ich es. Und Urs, du bist rausgegangen und dann saß Urs neben mir. Na, hast du ihn erkannt? Aber kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Hab gedauert, aber ja. Ja, aber mir war klar, okay, muss Torhüter sein, weil viel zu groß. Ja, klar. Jetzt bist du schon ein bisschen bei uns. Du hast sicherlich auch einige Torwart-Legenden, Torwart-Trainer-Legenden auch schon kennengelernt. Darauf will ich aber gar nicht mehr so viel rumreiten, weil darüber hast du sicherlich schon tausendmal erzählt. Was, ich glaube, auch für andere mal interessant ist, wie sieht denn so eine Trainingswoche für Torhüter eigentlich aus? Gut, jetzt aktuell sind die Trainingswochen eh ziemlich rar. Dadurch, dass wir alle drei Tage spielen, ist es oft so, dass derjenige, der gespielt hat, am Tag nach dem Spiel natürlich Regeneration hat. Und die anderen sind erstmal ganz normal im Spielersatztraining, also voll bei der Mannschaft und versuchen, ein bisschen auf die gleiche Belastung zu kommen. Einfach, ja, damit keiner sagt, okay, wir machen hier seit drei Wochen gar nichts, auch wenn man nicht spielt. Und ja, sonst versuchen wir halt immer in der Zeit, die wir vor dem Mannschaftstraining quasi haben, bevor wir dann zu Torschüssen oder Spielformen kommen, ja, im Torwartteam mit Micha einfach bestmöglich zu nutzen, damit wir einfach alle Abläufe nochmal drin haben, dass wir eins gegen eins drin haben, dass wir Flanken drin haben, generell abkippen, Schüsse mit Abdruck, ja, dass du alles so ein bisschen, ja, einfach abdeckst und damit du fürs Spiel einfach wieder ein gutes Gefühl hast. Was ist, was machst du am liebsten oder was, was heißt, was machst du am liebsten, aber was würdest du sagen, liegt dir besonders gut, wo drin ist dein Steckenpferd im Tor? Ich glaube, eins gegen eins ist ganz gut, weil ich eine große, große Spannfläche habe und glaube, ich ein ganz gutes Timing mittlerweile habe, wann ich, wann ich drauf kommen kann und da ist auch immer im Training wenigstens schön Action dabei, weil ja, da knallst du wenigstens mal ab und zu. Ja, und zwar hat es richtig geknallt bei dir, so, dass du danach einen Zahnarztbesuch gleich bekommst. Nicht nur einen. Wie geht es dir mittlerweile da? Die sind mittlerweile wieder fest. Ja, ich habe ein bisschen Bekanntschaft mit Janiks Knie gemacht und das passiert aber und da war hier unten war einer so ein bisschen nach vorne, ein bisschen lose, der muss dann mit so einer kleinen Schiene fixiert werden wieder. Da hinten war einer abgebrochen und hier oben ein paar abgesplittert. Ich glaube, ich lag drei Stunden beim Zahnarzt erst mal. Oh Gott, äh, spielst du jetzt mit Schiene? Oder trainierst du jetzt auch mit Schiene? Ja, also ich habe es am Anfang die ganze Zeit gemacht mit Schiene. Mittlerweile kommt es ein bisschen aufs Training an. Also wenn wir eins gegen eins machen, ziehe ich es immer noch an, weil da kann immer noch mal was passieren. Aber so beim Spielen lasse ich es jetzt mittlerweile draußen, weil es stört da ein bisschen beim Reden. Kann ich mir vorstellen. Eine Position, also sicherlich jede Position ist umkämpft. Von allen gibt es irgendwie so ein bisschen Konkurrenzdruck. Jetzt ist es aber sicherlich auf der Torwartposition noch mal komplett was anderes. Einerseits wird nicht so viel rotiert wie auf anderen Positionen. Das ist mal die eine Thematik. Die andere Thematik ist aber, diese Position ist halt nur einmal zu besetzen. So, du kannst halt, also okay, ja, weiß ich nicht. Vielleicht könnte Urs dich auch mal im Sturm einsetzen. Ich weiß es nicht, aber Ist eine Option. Also ist jetzt erst mal sehr weit weg. Aber wie ist dann dieser Konkurrenzdruck in einer Mannschaft dann? Also gerade speziell bei euch im Team und ist das spürbar? Oder sagst du eigentlich, wir supporten uns da mehr gegenseitig? Ich würde sagen, sowohl als auch. Auf der einen Seite natürlich supporten wir uns. Jetzt in dem Fall, wenn Freddy spielt, steht auch da natürlich der Mannschaftserfolg an oberster Stelle. Und ich glaube auch, dass Freddy ein besseres Gefühl im Spiel hat, wenn wir ihn pushen oder wenn wir ihm halt einfach das Gefühl geben, ey, du machst es gut. Aber auf der anderen Seite, klar, treibt einen Konkurrenzkampf. Dementsprechend, wenn wir es auch gut machen, ihn natürlich auch dazu anzusagen, ey, die machen es auch gut, dann mache ich es jetzt auch gut. Und dann kannst du dich gegenseitig ein bisschen hochpushen einfach, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, auch hier ist das Miteinander im Team einfach wichtig und das ist auch überragend. Also wir verstehen uns top und da ist, da gönnt jeder dem anderen auch dasselbe. Das ist sehr schön. Zwei Spiele, zweimal zu null. Ist jetzt nicht so schlecht und es war jetzt auch nicht so, dass du nichts raufgekriegt hast in den zwei Spielen. Du hast relativ wenig Spielpraxis dann gehabt. Natürlich in den Testspielen und so kamst du auch immer wieder zum Einsatz. Ist jetzt auch nicht so, dass es ein halbes Jahr her ist, als es das letzte Mal im Torstand ist. Trotzdem stelle ich mir vor, dass es schon mit weniger Spielpraxis dann schon ein bisschen aufregend auch ist. Ja, das ist halt nicht so diese Routine, die du hast, wenn du alle drei Tage oder jede Woche spielst, sondern du musst halt von jetzt auf gleich einfach funktionieren in dem Fall. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, auch in den Spielen, die beiden, die ich jetzt gemacht habe, war auch viel Verdienst von der Abwehrreihe oder generell von der Mannschaft vor mir, weil vieles haben die mir auch einfach weggenommen, wo ich dann gar nicht eingreifen musste oder in irgendwelche komischen Situationen reinkommen musste. Klar, am Ende war es optimal, dass, wenn die Situation dann kam, wo ich eingreifen musste, dass es dann auch funktioniert hat und dass vielleicht auch das nötige Glück einfach dabei war. Ja, aber ich glaube, im Endeffekt haben sie es auch da mit dem Job ein bisschen erreicht. Nimmt man das in die nächsten Spiele auch mit rein, dass man ein bisschen beruhigter ist und sagt, okay, wenn jetzt ein neues Spiel kommt, okay, ich habe jetzt nicht regelmäßig gespielt, aber trotz alledem weiß ich, es hat die letzten zwei Male, drei, vier, fünf Male auch wunderbar funktioniert und ich kann da jetzt Selbstbewusstsein reinstecken in die Partie auch? Ja, auch. Also ich glaube, du hast klar eine gewisse Sicherheit dann dahinter, zu wissen, okay, ich kann das von 0 auf 100, aber trotzdem muss ja den gleichen Fokus oder die gleiche Anspannung einfach mitkriegen. Lenny, jetzt würde ich mal ein bisschen wegkommen vom Fußball. Also mehr oder minder, so wie weit wir eben halt davon weggehen können. Du lebst alleine in Berlin, weil deine Freundin nämlich in Köln studiert, hast du mir erzählt. wie lebt man sich denn alleine in dieser verdammten Weltstadt ein? Es ist schwierig, weil es ist riesig, also es ist wirklich unfassbar groß, es ist mit Köln nicht mehr ansatzweise zu vergleichen von der Größe, aber ich habe ja schon mal gesagt, dass wir am Anfang ja mit ein paar Jungs im Hotel zusammen waren, dadurch geht man auch mal zusammen essen und dann sieht man schon mal ein bisschen was von der Stadt, dann habe ich jetzt das Glück, dass das Andrasch direkt unter mir wohnt, das heißt, mit dem kann ich auch mal was machen, zum Eishockey oder Basketball gehen, sodass man da auch ein bisschen was macht und mein Cousin in Berlin, der zeigt mir auch mal am Palken. Also kann man sagen, du hast dich gut eingelebt. Ja, auf jeden Fall. Lenny, gestern war ein freier Tag. Endlich war vorhin, glaube ich, die Aussage von dir. Ja, das tut schon gut, wenn man mal einen Tag, wenn man den Kopf abschalten kann und mehr oder weniger einfach mal die Seele ein bisschen baumeln lassen kann und jetzt nicht unbedingt immer auf zack, okay, ich muss jetzt ins Stadion, ich muss jetzt auf den Trainingsplatz und hin und her, sondern es tut schon gut. Wie sieht dann ein freier Tag von dir aus? Der sah gestern sehr entspannt aus, muss ich sagen. Einfach mal schlafen, das geht aber nicht lange, meistens, und dann einfach mal die Zeit ein bisschen nutzen, um ein bisschen draußen zu sein. Meine Schwester kam gestern zu Besuch, sodass das mit viel auf der Couch rumhängen auch nicht so viel zu tun hatte. Ja, aber einfach mal die Gedanken ein bisschen weg vom Fußball. Ich glaube, das tut in der Phase, wo wir jetzt sind, auch ganz gut. Das klingt gut. Selber kochen oder dann lieber essen gehen? Lieber essen gehen, das ist einfacher. Aber weil du es auch nicht kannst, oder? Ja, ich bin jetzt kein Meisterkoch, aber ich kriege es hin. Also gibt es keine gemeinsamen Kochabende mit Andrasch zusammen? Nee. Besser nicht. Stell dich mir wirklich super vor, wenn ihr das macht, sagt uns bitte Bescheid, wir kommen mit der Kamera vorbei. das bringt ein Feuerlöscher mit. Lenny, ich will dir deine Zeit nicht weiter rauben, weil ihr sollt euch so viel wie möglich erholen. Deswegen ist ja auch das Interview wird erst nach Donnerstag ausgespielt. genau, also du solltest deinen Nachmittag noch genießen. Jetzt ist die Sonne auch ein bisschen rausgekommen. Genieß die Sonne auch auf dem Balkon vielleicht und lass die Seele noch weiter baumeln. Aber die letzte Frage ist immer, was möchtest du den Unionern noch sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Boah, gib mir einen Tipp. Bill, kannst, also es kann alles sein. Es kann alles sein. Dann unterstützt uns am Sonntag, so gut wie ihr es immer gemacht habt und geht weiter. Ich wollte gerade sagen, die Ausgangssituation ist eine gute. Ja, auf jeden Fall. So eine Niederlage kann uns auch nicht vom ersten Tabellenplatz bringen, jedenfalls letztes Spieltag nicht. Diesen Spieltag könnte es jetzt dann passieren, aber selbst dann sind wir voll im Soll. Vielen Dank für deine Zeit. Achso, und wir haben hier noch so eine Fotowand. Du darfst ein Foto machen, dich überhängen wir nicht, versprochen. Wir hängen dich über jemand anderen. Du kannst mit drauf. Perfekt. Top. Super. Vielen Dank. Dann maximalen Erfolg am Sonntag beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich bin ein Foto. Dann maximalen Erfolg